Echt Wahnsinn! Da hast du lauter verschiedene. Es werden 44 verschiedene Farben und Muster. Muster auch verschieden oder wiederholst teilweise. Sie wissen nicht was sie tun. Aber es sind halt im Bar leider nicht ganz die gleiche Form. Das hoffe ich, dass man das hier nicht sieht. Ah, ja. Na ja, jetzt, wie ich eigentlich jetzt, macht die Bar. Die produziere ich halt so schnell. Ich schaue halt, was geht jetzt noch aus. Mache ich halt noch mal eine feste Maschenreihe oder mache ich halt noch ein ganzes Stäbchen. Aber die ersten Systeme, das war zum Anfang, das ist halt einfach zu groß. Normalerweise hätte ich die Runde nicht mehr gemacht. Sondern halt. Ja. Aber schau, das ist... Du musst dann anfangen... Weil... Man hat schon so ein Runde. Weil wir teilen. Ja. Die Runden sind auch... Die so lang rund sind, die werden halt dann auch schwierig. Aber das sieht dann weg. Das war auch relativ schwierig. Aber das war eine interessante Sache. Ja, ja. Ich wollte mal... Das heißt, das geht jetzt in Regen. Genau. Es wird von weiß bis schwarz. Und dann geht es halt wieder mit nur von schwarz bis weiß. Und dann sind es 88. bis schwarz. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.